Jagen Sie sich sämtliche Windkanäle runter, was auch immer Sie vorhaben, lassen Sie es uns vielleicht auf Facebook grüßen. Wie schießt das mit Fliegen, mit Luft und mit Helikoptern und so? Ah, bin ich auch schon geflogen? Ja? Einer meiner ersten Freiseit-Tipps. Ja, und den Heli-Flug, den empfiehlst du, oder? Ja, der Pilot ist dann in Pension gegangen mit 40. Weil du so geschrien hast. Warte, ein Tivitus. Aber Sie können mit uns einen Heli-Flug gewinnen heute Morgen, und zwar gemeinsam mit dem Action-Kinoknaller Hitman Agent 47. So quasi das Herz jedes Action-Fans bedient dieser Film. Und wenn Sie Action wollen, können Sie somit auch ein Privatleben mit dem Heli-Flug haben. Alle Informationen gibt es selbstverständlich bei uns auf der Homepage Puls4.com. Viel Glück fürs Gewinnspiel. Und dir, Kerstin, danke fürs Kommen. Danke für die Torte. Ja, bitte. Riecht sich schon mal vorne her. Dann haben wir sie dann an.